Sobald der Straße enden, hören wir uns an wenig auf. Worin wir uns auch wenden, die Zeit im Meerenbaum. Das Herz verbrannt, im Schmerz verbannt. So ziehen wir verloren durch das graue Niemandsland. Vielleicht wär von uns keiner mehr zurück ins Heimatland. 3 Hours Later Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion! Arbeiter bauern, hegt die Gewehren, hegt die Gewehren zur Hand. Zerschlagt die faschistischen Vorhäuser her, selbst alle Herzen in Brand. Ganz neue, rote, wandernde Arbeit, auf jeden anderen, auf jede Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Arbeiter horch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Frohleys! Arbeiter bauern, hegt die Gewehren, hegt die Gewehren zur Hand. Zerschlagt die faschistischen Vorhäuser her, selbst alle Herzen in Brand. Yippie! Yippie!